Den Besuchern des BAF wurde heute etwas ganz Besonderes geboten. Die Freizeitsportler des Ebersweiler Modellsportclub haben heute nämlich ihre Schiffe und Boote im Nichtschwimmerbecken zu Wasser gelassen. Für die Badegäste war das eine angenehme Gelegenheit, sich mit dieser Sportart mal ein wenig intensiver zu beschäftigen. Und das, was hier zu sehen war, ließ auch uns nicht unbeeindruckt. Viel Zeit müssen die Modellbauer unter anderem für den Bau dieser Bohrinsel aufgewandt haben. Die Modellsportler indes hoffen, dass das Wetter nun bald auch wieder eine Bootspartie auf den heimischen Gewässern ermöglicht.